100 Menschen, 100 Geschichten, nur gute Leute drauf, nur gute Leute drin, obwohl ich auch dabei bin. Aber es hat mir von Anfang an riesen Spaß gemacht, es war mir ein richtiges Anliegen und eine Ehre dabei zu sein. Das Ganze ist eine richtig große Geschichte geworden, weil es so wichtig ist. Ich hoffe, es öffnet allen die Augen. Bis dahin und viel Spaß damit, euer Jürgen Klopp. Den zu vielen Köpfen, komm her, steh auf, hör zu. Arigabote, Don't go jump.